Ah, Freunde, geil, eben hier, Corin Düsterboy, Braufest, Eventboss, kann Mounts droppen und ja, endlich durch. Ein bisschen Glück natürlich, war dabei, war dabei, muss man ganz klar dazu sagen, wenn wir gucken hier, da kann ja ein Haufen Scheiß bei sein. Ja, aber Gott sei Dank hier, der schnelle Braufest wieder, endlich jetzt hier ausbilden, ist ein tolles Mount, ist ein tolles Mount, muss man so sagen und da ist er endlich. Geil, jetzt haben wir alle was davon, ist einfach schön. Ich freue mich, ich freue mich, ist klasse.